In Stanz wurde der leerstehende Wiedum im Rahmen der Dorferneuerung und Ortskernrevitalisierung saniert und für Tagesbetreuung eingerichtet. Wir haben bereits darüber berichtet. Zwischen Wiedum und Volksschule entstand ein Dorfplatz mit einer Freiklasse, die auch für Vereinsveranstaltungen genützt werden kann. Dieser Platz wurde nun mit einem Zeltdach versehen, bei dessen Aufstellung die Stanzer Feuerwehr die Lieferfirma tatkräftig unterstützte. Im Herbst wird die Überdachung von der Feuerwehr abgebaut und im kommenden Frühjahr wieder aufgebaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017